Okay, los, mach. Schafft ihr denn? Schafft ihr? So sieht ein behinderter Junge aus der Eskenwelt. So, jetzt macht das mal los. Hör auf! Hör auf, David! Mach sie doch ewig! Ja, mach's doch. Na ja. Ein behinderter Junge der Eskenwelt. Ach, er ist... Was? Was? Was ist denn der Junge, der noch Esken tut? Ach, ich hab's verhalten. Los jetzt, ich ruf. Was? Ja, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Vielen Dank.